Schlenker Spannwerkzeuge GmbH und CoKG Hier in Schwenningen produzieren und vertreiben über 60 Mitarbeiter. Absolut hochwertige Spannmittel beinahe aller Art. Mein Name ist Britta Hoffmann. Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin der Firma Schlenker Spannwerkzeuge. Im Jahr 2006 trat ich in das Unternehmen ein und übernahm 2008 die Geschäftsführung von meiner Mutter. Nach dem Tod meines Vaters 1999 hat meine Mutter das Unternehmen selbstständig weitergeführt. Angefangen hat alles in einem Wohnhaus in der Schwenniger Innenstadt. Hier entstanden die ersten Spannhülsen in Zusammenarbeit mit den Lademagazinherstellern. Die Produktion wuchs und 1991 erfolgte der Umzug an den jetzigen Standort. Mit großem Mut und Weitsicht verstand es meine Mutter das Unternehmen auf Kurs zu halten. Heute beschäftigen wir 63 Mitarbeiter. Die lange Betriebszugehörigkeit und die Liebe zum Detail zeichnen uns aus. Besonders stolz sind wir auf unsere 100%ige Fertigungstiefe. Unsere Härterei sichert Ihnen konstante Qualität und ermöglicht es uns, flexibel auf Ihre Kundenwünsche einzugehen. Mit unserer modern ausgestatteten Erodierabteilung setzen wir Standards im Bereich der Spannmittel. Mit neuester CNC-Technik und langjähriger Erfahrung durchlaufen unsere Produkte alle Produktionsschritte. Vom Rohmaterial bis zur Endkontrolle. Unsere Standard- und Sonderspannmittel werden bei uns auf das Spannen Ihrer Drehteile zugeschnitten. Wir sind Ihr Partner im Hinblick auf Spannmittelfertigung für Ihren Kurz-Dreher, Lang-Dreher und Ihre Lademagazine. Von der Projektierung über die Fertigung alles aus einer Hand. Schlenker als Hersteller einzigartig, vielseitig. Mehr Informationen finden Sie unter anderem auf schlenker-spannwerkzeuge.de Caridio Image und Eventfilm Produktion